Schmarrn. Ja, der häufigste Einwand, wenn ich jemandem Mentaltraining empfehle, ist Schmarrn. Nein, es ist einfach dieses oberflächliche so, brauchen wir nicht, ohne sich wirklich damit beschäftigt zu haben, weil ich muss dann immer innerlich schmunzeln. Was ist denn Mentaltraining? Mentaltraining ist Gedankentraining. Machst du dir Gedanken? Ja klar, jeder macht sich Gedanken. Und deine Gedanken sollten doch dein Handeln unterstützen und dich nicht blockieren. Und deshalb braucht jeder Mentaltraining. Und wenn du immer noch sagst, Schmarrn, dann denk an dein 80-jähriges Ich, weil das Gehirn degeneriert mit der Zeit, das lässt sich nicht verändern. Und du möchtest doch nicht angewiesen sein auf Hilfe, um dir die Schuhe zuzubinden. Ja, das ist eine Koordinationsaufgabe, sich die Schuhe zuzubinden. Ja, noch kannst du das, noch brauchst du vielleicht kein systematisches Mentaltraining. Aber dein 80-jähriges Ich wird es dir danken, wenn du heute die Entscheidung triffst, ein bisschen mehr mentale Übungen in deinen Alltag zu integrieren, weil das ist halt Gehirntraining. Mentaltraining ist Gehirnjobbing, das tut dir gut, das ist Alzheimerprävention, das ist Demenzprävention. Es ist überlebenswichtig, sich mit seinem Gehirn zu beschäftigen, weil das Gehirn steuert alles. Und wenn du sagst, Schmarrn, dann kann ich dir wirklich mal empfehlen, das mal zu überdenken. Ich habe einen Basiskurs Mentaltraining ins Leben gerufen. Klick auf den Link in meiner Bio und dann gehen wir acht Wochen lang solche mentalen Übungen durch, die wirklich auch Spaß bringen. Und wenn du selbst das heute nicht brauchst, dann denk an dein 80-jähriges Ich. Dein 80-jähriges Ich wird sich bei dir bedanken, wenn du heute die Entscheidung triffst, dich zu diesem Basiskurs Mentaltraining anzumelden. Dank mir später.